Hallöchan Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von Skywars. Und danke für die Schuhe. Bitte. Und wo geht es rein? Ah da. Äh. Juh. Nice. Sexy. Was ist? Nein, ich komm nicht rein. Okay, weißt du was du meinst? Das Gefällige ist. Ist sehr gefährlich. Hat angefahren. Hat angefahren. Ich hab ne Enderpelt. Wir sterben. Wir sterben. Ich bin hier oben, gäh. Äh, hier oben. Okay, ja. Was ist denn die Scheiße Map? Wollte ich mit Aschen? 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 Ja, aber ich hab nicht gesagt, so gefährlich. Nein. Komm hoch. Ja, ich vers... Ja, lol. Komm hier, hier ist ne Lücke. Wo bist du? Da, okay. Hallo. Ah, da bist du dich gebudelt. Ah, hi. Danke. Danke. Ja, super. Der macht mich zu. Du bist so ein netter Junge, welcher mir helft. Das ist immer. Und... Oh, die. Geil. Das nehm ich auch. Ne, ja, hab ich schon. Aber geil. Nämlich das? Ähm... Hier, komm, wir geh zu den anderen. Ich mach nur ein Schwert. Ja! Scheiße! Ach, nein! Nein! Einer hat zu... Boah, wir beide sind da oder was? Ja. Hier. Hier. Oh, 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 ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Ganz tolles. Das ist geil. Ich nehm einmal Tang und dann kommt keine Waffe. Echt. Ihr wart wisst du was zu, guck mal. ja mach schnell sachen so sagen das nämlich mach schnell waffen oder machen hier oben habe ich noch rüstungen geworfen ich hab ein dir hast du kein schwert nein mach ich dir er kommt welche scheiße schon macht es schwer zu stellen schwer da habe ich geworfen scheiße was machst du da für scheiße das ist der da oben gib mir das schwer da wir für hier oh endlich komm hoch ja nein ist das scheiß Viecher du bist vergiftet geh weg geh weg ich bin tot alter was ist das für scheiß entschuldige habe ich schon fluchen weil da ist schon wieder der scheiß helikopter ja ich habe gedacht ich meine ich so positiv ist unser Liebling Map aber du hast gemeint das negativ du bist auch so einer jetzt ist das positiv ja positiv ich sehe das überhaupt nicht positiv äh ja gut ist noch was hier gelassen ich bin wieder oben ich komm auch hoch ähm wo hast du da bist du dich gebeudelt trau kein Brustpanzer m ich glaube auch nicht das das ist gestorben das gute bis auf das Sinn des Spiels zu stehen müssen fahrschen ich habe die Schöne nicht zack zack komm meinst du mich ja so oh ich gehe jetzt allein da drauf wieso wieso bin ich dich los bitte Bruder lass mich nicht und ein Kill oh scheiße leck mich noch Und bist du gestorben? Nö. Bin ich gestorben. Ich komme, ich komme mein Bruder! Ich... Wie soll das hoch springen? Man, das ist so gute Rüstung ich hätte. Yes! Okay. Komm. Was? Oh, ja. Langsam hab ich... Langsam hab ich drauf. Okay, komm. Du bist doch einer! Ich würde reinspringen? Nee, du baust das Tuch zu. Okay. Hast du noch? Eine! Nee, zwei. Das bringt's sehr. Schau mal bitte mal. Oh, 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 oh! Was? Scheiße. Die haben Schneebel. Da wollen wir in die Mitte. Ah, ne, die sind voll dir. Komm, schnapp! Auf die Glocke! Wo bist du? Alter, wo bist du? Bin weiter. Ah! Da bin ich doch einfach fett! Ich fliege eh mal in diese Lücke. Nein! Nein! Oh! Was? Nein! Was ist dort? Die haben Eier. Eier. Da hast du ein Geschenk von mir. Oh, geil. Hä? Hä? Wer wirft denn mit Eiern? Hä? Wer wirft denn mit Eiern? Die haben ja alles geplündert hier. Nein! Ach, er hat mich geschlagen. Nee, Mann, Mann, keine, keine. Nein, nein! Nein! Oh, du Pasta! Boah, ich lebe noch! Ich lebe! Achtung! Ich bin doch. Ich habe ihn, ich habe ihn. Aber er hat mich weggeholt. Widerwillen, aber ich kann dich noch mal was sehr Gutes machen. Hm? Ich habe den anderen. Okay, ich sehe dich. Ich kann dich vor... Einer ist oben dir. Nein! Einer ist rot und du bist tot. Er lag mir noch mal. Ey, Mann! Ich habe gesagt, er ist ober dir. Über dir. Über dir. Über dir. Ich hasse diesen... So, Leute. Ich würde sagen, das war es für diese Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal. Wir sehen uns schon wieder. Niederlage. Ciao!